Ich weiß gar nicht, wo überhaupt irgendjemand ist. Ich bin da, wo ich dich für die Luft gehackt habe. Als ob ich weiß, wie ich da hinkomme. Ach, hier bin ich. Ich bin da, wo ich mich für die Luft gehackt habe. Drei, zwei, eins. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde TTT zusammen mit dem Atterboom, den Erex, dem Danny, der Queen of Madness, Stevie und Teddy. Hallöchen. Das habe ich übrigens gehört. Und Erex ist da, Mensch. So, ich glaube, ich habe jetzt keinen vergessen. Ich sehe leider, der Team fliegt nicht weiter. Äh, was denkst du, warum? So, ich würde mal sagen, dann fangen wir mal einfach an. Was denkst du, warum viele Leute auf einmal abgehauen sind, wo ich gekommen bin? Was sind das für Geräusche eigentlich da im Hintergrund? Das hört sich relativ lustig an. Ich nehme an, die Runde ist freigegeben, oder? Ja, 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 ja. Sorry, falls ich das nicht verstanden habe. Geht die Tür auf? Oh, ja, ja, tatsächlich. Ich habe mir Angst, wie ein Gehirn. Warum denn? Ja, vielleicht hat es recht. Nö. Weg. 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 Oh, okay. okay ja das könnte ich gewesen sein also am anfang habe ich getötet nicht den ersten ja das kann auch gewesen sein es waren dann so drei oder vier du elender mörder er ist wirklich so beschissen einfach beschissen an diese geräusche wieder aber die tür zu der ist zumal was so komische geräusche das sind ja auch zu geht ja auch zu klicken oder seine seine mumu gequetscht das ist noch mein neffe und er fegt die katze ein kasu so ein kasu so ja ich bin ich auch nicht Bin ich auch. Der muss zusammenbleiben. Besser. 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 Tuch? Ja. Jetzt hab ich mir die Hälfte angeschaut. Also Irix ist relativ tot. Das ist ja auch scheiße. Irix ist relativ tot? Auch nicht schlecht. Ja. Relativ ist auch was nicht relatives. Besagt die relative Theorie. Okay, ja. Das war relativ nah. Relativ gesehen. Lass mich hier ruhe. Ich hab Joghurtung gesagt. Bleib doch mal stehen, ey. Ich hab dich doch gesehen. Du seh ich hier gerade gar keinen. Ich bleib mal bei Arthur. Toll! Ah! Queen! Geh weg! Wie oft sehe ich die leichte von Irix eigentlich noch, ey. Mann! Und ich seh sonst keinen! Ja, ich teleportier mich lieber von euch weg, wenn ich euch sehe. Ach so. Ah! Die Wand überfliegen. Wie! Macht Spaß? Ja. Queen steht hier die ganze Zeit rum. Der Kipp! Yeah! Ja! Weil er ausgelaufen ist. Du standst da ohne dich zu bewegen, ohne irgendwas. Was? Ja! Ich hab leider zwischen euch ein paar Legs. Ah ja, du hast gekauft, gibts zu. Queen scheint safe zu sein. Ich hätte mich eben locker wegmachen können. Ich hätte dich schon zweimal wegmachen können, wenn ich wäre. Stevie, warum verweckst du mich so? Entschuldigung. Weil ich mich gerade frage, warum du Schaden hast. Ja, weil ich unten angeschossen wurde. Mensch, wir den Schaden hat auch nicht Gott nicht zu sagen. Der war Dings. Der war Dings. Kannst nachgucken. Oh! Ach nee. Du hast mich angeschossen, also bitte. Alter. Das Problem ist, ich konnte jetzt leider nicht ankommen. Bin ich schon jetzt, ey? Erik, es liegt wieder, er war genussend. Ja, und ich habe gerade mal eben den Erik gekillt. Das ist nicht toll. Meinst du, würdest mir ein bisschen Leben geben? Kann ich nicht. Hm. Warte, ich habe keine Credits. Schade. Oder habe ich noch? Ich muss wohl mit 17 HP leben. Null. Kann noch nicht wiederbeleben, habe ich auch schon genutzt. Musst dich von Traitor wiederbeleben lassen. Wait. Du sagtest, Irax ist safe, ne? Dann weiß ich, wer es ist. Also es hat jetzt keiner gehört hier, nur dass ich, was das für ein Ton war, ne? Ja, irgendwelche Vibratoren, keine Ahnung. Es, ja, ich sag's lieber nicht, sonst verfluchen mich alle. Green, wo bist'n du? Dass ich da nicht hingefallen bin. Weil, äh, dadurch, dass ich gerade einen Traitor gekillt habe. Attached! Du hast ja gerade Eirux wiederbelebt, sagt er safe ist, bist du die letzte Person. Ja, Queen ist auch noch da. Sag ich ja, Queen. Die ist auch noch da. Ich habe gerade mal eben, äh, hier Erik gekillt. Deswegen sag ich ja, Steve und, äh, Steve und Queen können sich ja gegenseitig machen. Das Problem an dem Punkt so ist, dass Queen könnte gewinnen, weil ich wie gesagt nur noch 17 HP habe. Wird auch sein, dass du ein Traitor bist, ne? So ist es nicht. Ja genau, ich bring meinen eigenen Traitor-Kollegen rum, oder was? Na ja, so ist es nicht. So Tarnung? Ja. Also ich mach nicht den Fly, so ist es nicht. Ne, aber du machst jetzt die wie. Der war da gerade oben, der ist einfach durchgegangen. Ach ja. Ach nein. Guck mal, Queen ist auch badly wounded. Also von da an könnt ihr das durchmachen. Äh. Woher weißt du das? Weil ich, als ich gerade ein Ziel hatte. Aber warum hast du da nicht schossen? Ja, weil ich kein Beweis habe, dass du wirklich den schlechter gemacht hast. Oh, so sehr traut er mir auch noch. Na ja. Und wer war's jetzt? Ist zwar... Die, ne, die Queen. Richtig, die Queen. Nichts keine Minuspunkte. Ja. Er hat mich alles ganz angelogen. Oh. Du recht. Du hast das verdient. Und dann mit drei HP überlebt. Das ist das Schlimmste. Das war alles. War knapp, war knapp. Das war aber mit einem Ausschussverfahren. Ich möchte immer zu mir ins Filmstudio kommen und sich aufs Hof ersetzen. Ich filme ihn. Bin schon da. Lass dich hin. Ich bin Kamerageil. Hallo. Wie geht's denn so? Hallo. Schnappschuss. Oh, sorry. Ich hab auf die Kamera geschaut. Das gibt dem Wort Schnappschuss eine ganz neue Bedeutung. Wem bin ich denn hier im Raum? Ach. Mit dem Erix. Also wenn ich tot bin, ist es er. Ne, ne. Bei mir brauchst du keine Sorgen machen. Vorsichtig. Da ist ein Fass. Das will ich einfach mal kurz. Ja, okay. Was trau ich dir? Ich hatte Bescheid gegeben. Ja, ja, ja. Also das ist ja nicht. Da hinten ist Green, okay. Mein Ohr juckt's. Ah, 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 ah. Wer, 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 wer? Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja. Alter, bist das du etwa? Nein. Er war eben grad der einzige hinter uns. Ja eben. Quatsch. Taddy, taddy, taddy. Ich hab nur noch 4 HP. Ja, äh. Ja, äh. Ja, und, ah. Ihr schießen alle auf mich. Wieso schießen alle ganz viele Leute. Ich helfe dir. Komm, wir lassen uns zusammenarbeiten. Ja. Ja. Ich bin auf jeden Fall. Vertrauen. Er bleibt mich tot. Oh, 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 oh. Wie viel Leben noch? Ähm. Keine Ahnung. Ich weiß, hier sind auf jeden Fall. Frage Sturm. Da sind die denn alle. Hier. Oder glaub ich. Willst du das denn? Atta? Das ist Atta. Ja. Ich hab, ich hab nicht geschossen. Ich hab nicht geschossen. Ich hab wirklich nicht geschossen. Ich hab wirklich nicht geschossen. Ja. Ja. Easy. Ich wusste das auf die Couch. Ich wusste das. Bäm. Alter, ich wusste nicht, dass das eine Falle ist. Hahaha. Voll gemein. Jawoll, Mann. Gegendrei. 1 AP. Toll. Hahaha. Mach immer mehr. Dann geh mal auf die Couch. Ich war mir bei Atta nicht so sicher. Ja, aber er ist unterhalten. Ich mir schon. Doch, ich war mir sehr, sehr sicher. Weil er war der Einzige in dem Moment, der noch hinter uns war. Weißt du? Ja, in dem Punkt stimmt das schon. So ist es ja nicht. Ja. Ich vertraue eigentlich mal. Ich bin immer die unschuldige Person. Ich bin unschuldig wie die Nacht. Was ist denn hier passiert? Ich tippe mal auf Stevie und Queen. Wer vertraut mir? Ich. Ja, 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 ja. Warum vertraust du mir? Ich bin den Textclub. Ich bin den Textclub. Deswegen vertraue ich dir ja. Hast du da irgendwas gedrückt oder was? Ja. Geh mal vor. Ich geh gerne vor. Was ist denn da? Wie ist das? Wie ist das? Wie soll ich mich grad mit der Crowbar hauen? Na toll. Wollen wir mal in den Raum kommen? Wir gehen noch in den Raum nach. Geh mal rein. Gibt's irgendwas? Das kommen wir da nicht mehr lang. Na ja, gut. Oh, Tonett drüber? Ja, genau. Wolle ich da ungewollt rein oder so. Ich seh das schon kommen. Da hab ich einen Endos zu killen. Mach die Tür zu. Ja, ja, klar. Du bist also der Trailer. Ja. Hier, guck. Wo ist das denn? Was? Ja. Bibi. 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 Hast du da mal eins? Ich setz dich nur ab. Der Charakter doch bestimmt wieder. Nein, ich will die Schieben. Gucken, ob das geht. Da, 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 da. Wie ist der Data tot? Ja, wer ist jetzt geradeaus, da, 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 das wissen wir mal. nach links. So, 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 so. Und jetzt. Gleich macht's gut. Guck mal, wir schieben jetzt den Dete ab. Aber das klang. Warum? Warum? Was ist hier? Was? Was für das denn? Ey, Alter, mach mal. Queen steht da nur rum und killt an mich noch. Ernsthaft. Wie der Dete mich einfach mal killt. Da vor mir. Ich wollte gerade auf die Wanne schießen und gucken, ob die auch so wegfliegt, wenn jemand drin ist. Aber dann war ich schon rüber. Dann ging das Massaker los. Dibi, warst du Tee? Ja. Warum tötest du? Weil diese Gewalt. Gewalt. Gewalt im Ball CCC. Das geht ja gar nicht. Ja, lieber im Schlafzimmer. Richtig heftig, die Gay-Walt. Was aber noch? Umgeverkauft. Hier, schenk ich dir. Ja, dieser Raum, Alter. Alter. Schenk es dir. Da, Mann. Er kann sich auch in dem Schild bei Trailt-Items, da? Nee. Achso, schön, man muss ja eh drücken. Ja, ja, da rum. Was wird das, Teddy? Ah, was ist denn? Hallo. Alter. Hey. Alter. Alter, ich bin dein menschliches Schild. Das menschliche Schild. Das menschliche Schild. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Hä, was war denn das gerade? Ich hab nichts mehr, wie soll ich keine Ahnung? Nein. Warum schießt du nur auf mich, Alter? Ich hab's vollkommen vollkommen. Alter. Wer schießt mich noch zu? Wunder. Alter. Warte, mich wegglaufen. Ich bleib hier, danke. Immer noch nicht wegglaufen. Warte, warte, warte. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. Ja, natürlich. Du, Horst, ey. Jetzt hat er mich gekauft, Alter. Der meinte, du Handcraften, das geht gar nicht. Hä, dieses Sch... Scheiße. Alter, lass es. Wurst, bring mir den Data. Das war eigentlich alles. Na, der war in deinem Traitershop gewesen. Wer war denn da im Traitershop? Ich war nicht im Traitershop. Bist du dir da ganz sicher? Ich bin mir sogar sehr sicher, dass du ein Traitershop. Das sah ziemlich verdächtig aus. Ja, wann krieg ich meine Massen wieder? Ja, ich hab immer noch meine Sachen zu. Ey, wer aber... Da hab ich 50 Mal gekauft, Alter. Jetzt hängt er an zu heulen, hörst du? Das sag ich alles. Natürlich. Du bist ja wie kauft. Danny, warum hängst du hier so bei mir? Ich weiß nicht, ich hab Angst, dass du Traitershop. Ha, geht doch. Ich vertraue dir auch schon wieder nicht. Los findet Los nicht gut. Nee, der... Also Los ist Traitershop. Ja, welcher Los nur? Los Angel ist der Traitershop. Nee, nee, ich bin ja der Engel. Ich muss ja auf den Teufel ja aufpassen. Jaja, du bist der Bengel, da hast du recht. Nee, der Engel wird mit dem B davor. Oh Gott. Müsst ihr euch auf die Bank setzen? Auf das Sofa. Auf die Bank? Ja, dieser Scheißraum. Soweit ich weiß, war da auch ne Hand. Neee. Nein, Quatsch. Oh, schön bequem. Ja, aber was jetzt? So, ich will sie doch nicht richtig. Nein, du ziehst auf mich. Guck mal, er zieht auf mich hin. Du hast zuerst auf mich geschossen. Au. Woah. Ihr Dings hat geschossen. Dings hat. Äh, Lost hat geschossen. Ja, weil er auf mich geschossen. Boah, das ist noch Warnschüsse. Ja, genau. Es ist klasse. Ja, genau. Auf mich wurde Baby geschossen. Die Fall geschossen. Ja, ich hab ihn geschossen, deswegen. Oh, loll. Was? Was? Was war da? Muss mal einlaufen, krieg's Lebenspunkte. Hehehe. Da suchen wir die Toten Leichen alle. Boah, wer hat mich entschlossen? Hallo, Lost schießt immer noch auf mich. Du hast jetzt down, Alter. Untersucht mal die Leichen. Ich trau mich hier nicht weg, ey. Lost schießt auf mich und ist inno. Alles klar. Was geht denn ab bei dir? Du bist toll, Diggaung. Ich wusste, dass du Dete bist. Ja, ja. Ich trau mich hier gar nichts mehr, ey. Okay. Oh, nur den Detektiv. Der mir vorhin eine Waffe weggenommen hat. Irax, geh weg. Ja, okay. Ich wünsch mir. Geh in Kampf. Auf Aufwärm den Kampf. Mein Kampf. Was? Auf Aufwärm den Kampf. Nehmensraum im Osten. Wie ist das gestorben? Hä? Können wir das noch nehmen, oder? Du erlebe ich mal mit Irax. Anweisung und Defekte. Wen soll ich erleben? Irax. Ich weiß nicht mehr wo der ist. Warum ballerst du auf mich, du? Ich weiß gar nicht, wo überhaupt irgendjemand ist. Ich bin da, wo ich dich für die Luft gejagt habe. Äh, wo? Als ob ich weiß, wie ich da hinkomme. Ach, hier bin ich. So gut. Nein! Ich werde grad einkommen. Von all wechseln, ich hatte grad fast ein schlechtes Gewissen, dass ich auf dich geschossen habe, ja? Der Raum sieht richtig gut aus, Alter. Was du gesagt hast. Also fünf Tote in dem Raum ist doch geil. Und ich heile den Teddy auch noch hoch. Ich bin also doch auf den richtigen geballert aus Versehen. Ja. Hätte ich nicht mal nicht geheilt, hätte ich jetzt gewonnen. Ja, hätte. Hätte, 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 hätte. Toilette, hätte, 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 hätte. Ja. Hätte, hätte, Halskette. Hätte, Halskette. Alter verfolgt mich? Ja. Darf ich keinen innocent Kollegen folgen? Nein. Nein. Nö, nö, nö. Das ist verboten. Hi Teddy. Hallo, hi Max. Dann willst du noch mal sterben? Nee, nee, nee. Komm, wir sind in der letzten Runde. Du darfst mich nicht umbringen. Du hättest dir auch einen anderen suchen müssen. Ich kann dich nicht töten. Hey, lass mich doch mal hier, lass mich doch mal hier bahnen. Ja, ich hab noch die andere. Ich bin, ich bin nackt. Was? Wie alt bist du noch mal? Ach. 12. 12. Naja. Ist keine Kinderpornografie, keine Angst. Ja, ja. Ich rede nicht von der Genitallänge, sondern von deinem Alter. Achso. Naja. Bei dir war es ein Millimeter, aber ist okay. Ah, okay. Ja, das soll ich nicht halten gehen. Wer verfolgt mich hier eigentlich? Ist doch keiner wissen, was ich in der Treppe verstecke. Nein, ich hängst. Na, der, 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 der Mann! Darf ihr den Kollegen folgen? Nein. Wer ist denn der da schon wieder? War bestimmt der Irex wieder gewesen hier, ne? Nee, ich bin, ich bin in der Filmstudio. Huch. Achso. Ist er nicht. Ah, die Queen! Äh, die Queen. Der ist da vorne. Alter, hast du doch irgendwie geschossen? Nein, haben wir Lost Devils auch geschossen. Nein, haben wir Lost Devils auch geschossen. Er ist, ähm, Eddie Gangster. Du müsst euch auf jeden Fall mal mehr gewöhnen, daran so irgendwie leicht zu hinsifizieren. Das macht das Ganze leichter. Für mich. Blöde Laterne. Ähm, Badewanne. Verlöde. Was ist die hier? Ach, der liebe Irex, der liegt schon wieder im Dreck! um man muss die soll sich die Merkauf jetzt sofort weil die Bahn was sich über die Warte geschoben es ist hier aus dem Licht drei stück wiederbelebt der steve wonder ich hab den däte einfach mal zum traitor gemacht das war knapp wie bin ich jetzt hier angekommen einmal einmal eingeschossen ja aus versehen ich wollte ich bin hinter dir ich bin hinter dir hat da hinter dir ja toll was soll ich damit sind denn alle so alleine hallo das ist nämlich von detektiv offensichtlich möchtest du mich jetzt heilen weil warum weil ich angeschlossen wurde ja auch von mir aber von irgendeinem anderen ich weiß nicht wie der name heißt ich kenne diese in die nirgendwo ich habe entschuldigt mir den ausdruck komm ich hinterher ja mach ich du beschützt mich jetzt mach ich die Tür auf hallo hallo das konnte sich nicht vergleichen ich hab dich irgendwie sehen das ist ich glaube nene keine angst passiert schon nicht na 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 Eben noch alle. Ganz tief in dir drin. Der Whistleblower. Und dann würde ich mal sagen, war es das für die heutige Runde, wenn es euch gefallen hat. Lass doch mal ein Däumchen. Und schaut bei den anderen natürlich vorbei. Links in der Beschreibung. Bis dahin und ciao.